hi leute jetzt mal wieder neues video von jupp tv wir machen eine wanderung und zwar durch die holzbachschlucht der weg hier sieht jetzt vielleicht noch sehr komisch aus also nicht der original weg aber ich kenne ja abkürzung guckt auf jeden fall mal nach holzbach und da vorne ist die stallung wo es direkt zu hausbachschlucht geht wird sagen wir gehen dahin und dann auch wieder dazu da vorne ist unsere ankunft da wollen will man kann das so leute wir sind doch vorne ist unser eingang man sieht hier schon gut auf der bricht da oben ist ein schönes holzhaus wird sagen es macht schon wieder richtig bock das video kann sein dass es ein zweiteiler wird oder die zieler ich würde sagen los geht's so leute sind jetzt auf dem weg in die holzbachschlucht da vorne geht es rein hier sind noch andere wanderer okay die zeige ich nur von hinten genau hier kommt jetzt wieder eine stadtfläche und da vorne würde sagen weiter geht es das ist das wichtige schild holzbachschlucht perfekt guckt hier gerade raus ihr hört es wahrscheinlich rauschen hier unten ist die holzbach und vielleicht sehen und für geil bleibt alles holzbach da gehen wir gleich hin vor allem zieht euch diesen anblick hier rein geil vor allem auch dieses geräusch werdet ihr gleich gut hören ich hoffe ihr versteht uns noch zieht euch hier den dicken stamm rein Gute Eiche Sau, alter Ding, aber geil Hier auch nochmal Ein Zerstabel Mit Holz, cool Okay, weiter geht's Wir werden euch auch immer wieder Hier solche Schilder zeigen Die gibt's nämlich überall In der Holzbachschlucht Auch nochmal Die Vögelarten, also macht mal auf Pause In Ruhe durchgucken So Leute Sind auf dem Weg in der Holzbachschlucht Kurz davor Ich würde sagen, wir rennen mal ein bisschen Auch wenn es wackelig wird Aber in der Holzbachschlucht Willkommen Aber Banane Also als wir das letzte Mal hier waren Da war diese Bank noch hell So Hier Da ist so ein Friedhof Von Von der Holzbachschlucht Ein Friedhof, ja Der ist sehr zugewachsen Genau Darf man leider nicht drauf Denn das ist nur von Dattlicher hoch Ich würde sagen Hier Geht Die Holzbachschlucht Los Hier wieder Holzbachschlucht Ganz wichtig Hier geht's runter Und damit auch los Ich würde sagen Los geht's Man kann's vielleicht schon leicht hören Hier geht's Sehr Steil runter Das sieht man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Video Aber deswegen kann's hier im Land Ist ja makkeliger werden Man hört das Rauschen schon wieder Achtung Hier sind überall Wurzeln Er hat schon das richtig erkannt Abtopfen Ich würde sagen Wir gehen jetzt hier mal runter Wir hören uns damit aus Denn wir klettern öfter mal Deswegen Jetzt Ihr das Abenteuer erst los Jetzt macht's schon wieder richtig Bock Tut uns leid wenn's wackelt Oh Gott Dieser Weg ist so komisch Hier jetzt überall Brennässe Cool So ein schöner ruhiger Weg Hier ist alles matsch Ein bisschen Das ist egal Aber sonst Ist doch hier Bratwurst Hier Das ist wieder Eine schöne Aussicht Wir gehen gleich mal ins Wasser Also hier Diese Felsbrangen Die regen mein Herz wieder auf Ich würde sagen Wir gehen mal da hin Hier geht's jetzt noch nach Steinige Es wird ein wenig lauter Deswegen bin ich mal ein wenig lauter Denn Hier geht's richtig ab Hier ist Wasser Am Start Und hier läuft das ganze Wasser Ich guck mal ob ich noch einen geileren Platz finde Hier geht's ab Warte mal Wir gehen mal da drüben mit Leute ich stehe hier auf einem Stein Das ist geil Hier die alte schöne ruhige Treppe Hier Der Simon Genau wir gehen mal rüber Leute zieht euch das rein Und das ist nur der Anfang Kann sein dass das Video etwas länger dauert Aber bitte zu Ende angucken Es ist geil Hier geht's mal richtig weiter nach hinten Ich geh mal ein bisschen weiter nach hinten So Wir sind jetzt etwas weiter hinten Mal gucken ob wir noch weiter nach hinten kommen Jetzt geh noch weiter nach hinten Man hört das Wasser rauschen Wir gehen mal da hin Wir sind jetzt hier an der hinteren Ecke angekommen Sieht alles sehr schön Hier das Wasser Ich würde sagen wir gehen mal weiter Ich stehe jetzt hier auf so richtig geilen Steinplatten Hier alles Wasser Ringsröben Wasser Ich stehe mich mal kurz ins Wasser mit meinen Schuhen Also das ist ein schöner Ausblick Nach hinten nach vorne Ich würde sagen jetzt gibt es eine kleine Werbeunterbrechung So Leute kurze Werbeunterbrechung Das ist von uns aus Das ist Wildfood wie ihr schon sehen könnt Guckt auf jeden Fall mal vorbei Wir sind wieder mit Freshberry am Start Also es hört hier Es ist nämlich sehr laut Ich würde sagen wir sind hier auf den Felsblatt Genau wir trinken kurz was So Leute es geht jetzt hier vorne weiter Ja das ist ein schöner Schönes Gelände Hier sieht man aber ein bisschen noch Wasser Deswegen Ein Baum So weiter geht's Zieht euch den Bachlauf mal ein Das ist so richtig krank Da gehe ich mal runter Da vorne ist der Bachlauf Er steht da oben Am Geländer Ich würde sagen wir gehen nochmal da ein bisschen weiter runter So man auch was sehen kann hier Da Ist es schön Okay weiter geht's Bei 8 Minuten Absolut Ich mache nur Werbung Für Die Holzfahrschlucht Richtig fett Also geht auf jeden Fall mal hin Wenn ihr in der Nähe seid von uns Richtig schönes Wurzelgeflasht Dann hier wieder so ne urige Brücke Geil Hier geht's jetzt Treppen hoch Also aus Steinplatten Das ist ja mit seinem E-Bike Hallo 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 So Ich würde sagen wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter Hier ist geil Hier diese Wege sind echt schön Muss man so sagen Aber immer mal hier so runter gucken Also wenn man so ne Aussicht hat Geil Einfach nur geil Da vorne ist ein Hindernis Hier ist ein Baum umgestürzt Aber Da kommen wir drüber Den kannst du nicht wegholen Der ist Da oben Umgestürzt Jetzt kann man hier Rüber gehen So Weiter geht's Da kommen Leute hin Also dem scheint die Holzfahrschlucht Auch zu befreien Hier ist wieder ein schönes Schild Achtung Einfach mal auf Pause machen Dann könnt ihr jetzt gucken Hier geht's ab Hier dieser Weg Und da unten Naja Okay Kann man machen Also wir sind jetzt immer noch hier fleißig am Laufen Alter was ist das für eine Das ist eine riesen Nacktschnecke Okay weiter geht's Aber die ist auch rum Hier ist der Schwarzschlucht Auch gerne auf Pause machen durchlesen Kleiber Auch gerne auf Pause machen durchlesen Hier der Weg Der erregt wieder mein Herz Und der ist geil Es öffnet sich Wieder was Großes Was sehr cool ist Richtig geil Fühl ich Schau mal ob wir das Video soll 12 Minuten oder sowas machen Hier ist eine kleine Hütte Hier liegt ein Pilz Und da ist er grad Und sitzt hier in dieser Bude So ich geh jetzt mal ein bisschen weiter Leute zieht euch das rein Geil Leute Grüße gehen raus an die Leute Wenn die es sehen sollten Die Haben uns Gerade Da waren gerade Leute Die haben auch einen süßen Hund dabei gehabt Sitzen da Haben uns einfach Eine Tafel Schokolade gegeben Also Grüße gehen raus Wenn sie es sehen sollten Er klettert jetzt da hoch Ja Ja Sind die Leute Und waren auf der Bank Die haben uns Ich bin oben Haben uns die Schokolade gegeben So Weiter geht's Bei der guten Wanderung Ich würde sagen Das war's mit Teil 1 Wir sehen uns im nächsten Teil Tschau